Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ich weiß gar nicht, ob da eine Ladung reicht. Na ihr Schafe, finde ich schon cool. Finde ich eigentlich voll süß. Mein kleiner alter Hoftrecker. Hoftrecker. Hau machen, bitte. Ich brauche auch noch irgendwie einen kleinen Hoftrecker für einen Haupthof und ein schönes Fass. Mal gucken. Klaas Axion hat die Aufgabe erledigt. Ja, da komme ich mich sofort drum. Jetzt stelle ich den hier nochmal zu die Schafe. Mach den raus. Was? Eine Schafe haben wir jetzt eigentlich. 175 Schafe haben wir. So. Wunderbar. So. Und der hat seine Aufgabe erledigt. Abfahrer entlassen. Gefällt mir aber noch nicht, was der gemacht hat. Hier oben die Ecke wieder. Abendsilo ist leer. Na ja, gut. Schumme ich mich gleich drum. Der ist immer noch nicht schön gemacht. Hatte ich doch schon eingeschaltet. Oder reichte das noch nicht? Na gut. Okay. Reichte nicht. Ja, ich will eben gucken, ob denn der, die die anderen Ecken hier vernünftig gemacht hat. Dann fülle ich den auf und dann schicke ich den noch auf Feld 9. Feld 8 muss man auch noch machen, ne? Machen wir dann auch Feld 8. Guck mal, das sind nur Schatten. Na gut, dann gehen wir aber davon aus, was das schön gemacht hat. Klappen hier wieder zu. Machen hier schon mal den Deckel auf. Ja, kein Weizen mehr im Farmsilo. Alles verballert. Hey, ist doch gut. Laufen die Produktionen wenigstens vernünftig. Einmal bitte voll machen, ihr wisst schon. Mache ich dann auch Feld 8? Mache ich da auch Mais drauf? Mache ich hier echt ne Mais Session? Habe ich da für Feld 9? Feld 9 Seen habe ich 1, aber den wäsch ich mal. Mache ein 9. Scharfen Ecken. Scharfen Ecken. Scharfen Ecken. Feld 9. Feld 9. Feld 9. muss aufgefüllt werden, ja, kann er, ja, 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 bevor ich hier wieder was mit dem Kreislauf habe, oh nein, geht doch, okay, der muss aufgefüllt werden, ja, ist verständlich, aufmachen, rüberfahren, wird befüllt, machen wir mal, ab und zu muss ich mal hier ein Foto machen, ich muss ja irgendwo meine Thumbnails herkriegen für die Videos, also, nein, nicht wundern, ist aber schön, dass der Düngerverbrauch hier so gering ist, ist aber schön, dass der Dünger ist, so, das löppt, das ist schön, Weizen wird auch da ausgeladen, alles gut, schön, dann können wir ja eigentlich hier schon sagen, jetzt Gerste mitnehmen, dann füllen wir den Fahrer ein, und dann müsste das jetzt eigentlich automatisch auch noch mit Gerste funktionieren, zumindest bis das Hofsilo leer ist, so viel ist ja im Hofsilo nicht drin an Gerste, 109.000 Liter, das heißt, er kann einmal fahren und hat dann nochmal 19.000 Liter, ja gut, aber, was haben wir noch, Kartoffeln haben wir noch jede Menge im Hofsilo, kann mir immer noch keiner beantworten, ob ich die Kartoffelwaschanlage befüllen lassen kann oder nicht, mit dem Überladewagen oder mit dem Förderband, geht das mit dem Förderband, weiß das jemand, antworten bitte, antworten, ich will das nicht ausprobieren, ich will nicht deshalb für Förderbandkauf einander hinfahren, um festzustellen, dass das nicht geht, das wäre so ärgerlich, ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit da im Radlader zu sitzen, so, was können wir denn noch an Feldern gebrauchen, wo ist denn überhaupt was drauf, was ist denn Feld 32, Sojabohnen, Sojabohnen brauche ich nun mal gar nicht, 35, Körnermais, ja, das wäre für die BGA Süden, Zuckerrüben auf der 19, was ist denn die 15, 16, ach man, da ist überall, sind da Sachen drauf, die mich nicht interessieren, auf der 10, das ist jetzt auch nicht so, 16, das ist die 16, die Gerste, 14 hat auch die Gerste, 16, Wie weit ist die? Max Elf 8 Halt 17 Da noch mal Am Feld 45 Ja, das ist noch so ein bisschen 45 ist wohl noch so ein bisschen Wunschtraum Raps auf der 27 Hafer auf der 26 Nicht natürlich praktisch für den Pferderuf Aber das war es auch Puh Ne, da kaufen wir im Moment noch nichts Muss ja nicht Ich muss ja nicht auf Kraft hier was kaufen Das wäre ja Quatsch Wir kümmern uns jetzt erstmal hier darum, dass unsere Viecher versorgt werden Wir bringen jetzt mal ein bisschen Mischration zu den Kühen Mischration müsste ich hier auch noch drin sein Was wir hier drin haben Mischration Start Es reicht zwar nicht um alles zu machen, aber Das ist auch Mal eine ganze Menge Hier mal gucken Viecher stellen Wasser müssen Armstrom Hundertdreie Kühe Hundertvier Schweine Hundertdreie Kühe Hundertvier Schweine Hier steht mir ein Fass im Weg. Haut ja dem Fass den Boden aus. Was ist denn mit Lindy los? Wieso läuft Lindy denn nicht? Wieso ist das hier so dreckig? Ah, weil da ein Tor zu ist. Das ist ja scheiße. Lili. Fangen wir jetzt? Fangen wir jetzt mal an. Fangen wir jetzt mal an. Fangen wir jetzt mal an. Start, bitte. Fangen wir jetzt mal an. Fangen wir jetzt mal an. Fangen wir jetzt mal an. Sauberkeit nur 61%. Fangen wir jetzt mal an. Fangen wir jetzt mal an. Fangen wir jetzt mal an. Egal Oh Sorry So, das reicht jetzt aus, um die Tiere zu füttern. Alles klar Müssen wir denen noch Wasser bringen. Achso, was sagen die denn jetzt? Gas müssen die extra haben. Katastrophe Katastrophe Ja, Silulär, warte auf mehr. Ja, ist klar Ist schon klar Guck mal, ich mich leicht rum Das letzte, was wir jetzt in dieser Folge machen werden So Und sofort abfahren Er fährt ab, sehr schön Wir sind hier soweit durch Ich werde gleich erstmal noch ein schönes Fass kaufen glaube ich Also bringe ich hier den Den Cargos weg Ja Ähm Das sehen wir alles in der nächsten Folge So steht denn da eine Palette Äh Was auch immer Zucker oder was drin Das war's okay Ja Wenn's euch gefallen hat Hinterlasst Hinterlasst mir ein Kommentar Hinterlasst mir ein Like Abonniert mich Äh, besucht mich auf Facebook Friesenjung13 Hinterlasst mir da ein Gefällt mir Dann kriegt ihr da auf Facebook auch immer die neuesten Informationen Wenn wir mal wieder einen Livestream planen Wenn ich ein neues Tipps und Tricks Video veröffentlicht habe Oder wenn ich plane eins zu veröffentlichen Oder wenn ich hier ein normales Let's Play Video veröffentliche Das wird euch alles da angezeigt Und, äh, ja Ansonsten Dürft ihr natürlich auch gerne heute Nachmittag wieder reinschauen Jetzt müsste ja Sonntagmorgen sein Ähm Dürft ihr auch gerne heute Nachmittag wieder reinschauen Zur nächsten Folge In diesem Sinne Sag ich mal Ciao